Wir sind hier in Wien im ersten Bezirk in der Hollmann Belletage und bei mir ist Tamara die Direktorin. Aber wenn es nach dem Robert geht, dem Gründer und Erfinder von dem Ganzen, dann darf man nicht von einem Design oder von einem Boutique Hotel reden, sondern er nennt das ganze Vergnügungsstätte. Deswegen meine Frage, kannst du mir sagen, was denn die Vergnügungsstätte ausmachen? Ja, also die Hollmann Belletage hat 26 Zimmer, 25 Zimmer und eine Suite davon. Wir sind mitten in Wien und weit vom Stephansdom und wir haben ganz viele Spielereien im Haus, zum Beispiel ein hauseigenes Kino mit Popcorn, wir fieten den Gästen einen Schlummertrunk am Abend an und ansonsten gibt es echt irrsinnig viele Details zu entdecken und ein Highlight ist definitiv das servierte Frühstück, das seit kurzem auch biologisch zertifiziert ist und was auch echt schön ist, ist, dass unsere Gäste besonders das Team bewerten und immer positiv erwähnen, weil alle so gut zusammenarbeiten und besonders herzlich und hilfsbereit einfach sind. Herzlich super! Kommt vorbei an die Sonne, schaut euch selber ab! so dann Bis zum nächsten Mal.